Hey sehr und Konnichiwa, hier ist wieder euer Kern und zurück mit Let's Play Corpse Party. Oh yeah, jetzt machen wir hier weiter und ich denke ich habe das Rest hier gelöst. Wirklich schwer ist es nicht, wenn man sich die Tiere wie bei einer Uhr aufzeichnet. Der Red ganz nach oben bei der 12 und dann Ox, Tiger, Rabbit und so weiter. Und ich weiß jetzt auch wieder was Rooster war. Rooster war ein Hahn. Ganz einfach. Oh yeah, wow. So, ja das kennen wir. Ich weiß auch was ich zu tun habe und was dein Spruch bedeutet. Ja du brauchst nicht mehr meinen. Ja rede mich gruselig an. Absprich. Ach, hörst du jetzt auch zu reden? So, hier irgendwo soll auch ein Item rumlegen. Bei diesem bösen Geist, auf dem man ein Erdbeben ausgelöst hat. Aber irgendwie finde ich das Item nicht oder ich muss ein anderes Erdbeben auslösen. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es wehtut. Ich weiß, dass es wehtut. Ich weiß, dass es wehtut. Es weht richtig. So. Von hier aus. Geht sechs Striche Richtung Fert. Striche? Schritte. Eins, zwei, drei, vier. So, das müsste hier sein. Und dann 13 Richtung Booster. Aha. Okay, dann bin ich wohl ein zu weit gegangen. Ehh, total egal. One of the floorboards here is slightly raised. Peering through the crack, you can just very make out some sort of bag in the dark recesses below. Try to pull it out. Jetzt ziehen wir einfach mal dran. Was haben wir denn da? With a bit of fidgeting, you were able to remove the Item from its completely Apartment. It's a small bag made of hemp and stained liberally with blood. Woah, was ist denn jetzt los? There is a name tag attached to the front. Heffely House Remantari School, Class 353, Ryo Yoshisawa. N-Naniが入ってんだよ. N-Mite-Kore Leute. M-Mite-Kore! Nn-Niiyo! Nn-Nan De Watachi-Gah! N-Hu M-Disuna-Kun ministre! Xz 나오 Linux folos your kind! AHH!! Ma! Sastutun... N-Na-Nani!! N-NANi?? NANI yo!! H- zoramente in Ryoinate! the bag appears to contain a severed human zunger Oh, beruhig dich. Jetzt ruhigatmen, alles beruhigen. Oh, beruhig. Oh, beruhig. Ich werde dir zurück. Ich werde dir diesen Schmuck. Hä? Das ist ein Schmuck. Acquired Ryus Tongu. Vielleicht werde ich langsam paranoid, aber... ...hier, diese Flecken da oben an den Ecken sehen aus wie Gesichter. Sondern hier, zwei Augen, ich erkenne dann auch eine Nase oder irgendwie sowas und den Mund. Vielleicht werde ich wirklich langsam paranoid. So, wir müssen zurück zu dem kleinen Jungen. Und wo war der? Der war in der Infirmary. Dann gehen wir... Mhm. Das macht mich jetzt auch gar nicht nervös. Überhaupt nicht. Dass da jetzt gegiggelt wurde. Ich hasse es, wenn irgendjemand anfängt zu giggeln. Das ist auch noch ohne Grund. Oh mein Gott. So, wir dürfen keinen Augenkontakt mit ihm machen. Ich werde... Sicherheitssafe. Auf diesen Slot machen. ... ... ... ... ... ... ... Aber... Einwim produziert eine kleine Tung von ihrem Bein, aber nichts hat er zu sehen. Er ist einfach nicht so. Wenn ich das nicht verabschiede, würde ich das nicht verabschieden, würde ich es sehen... ...dass ich mich nicht verabschiede, ...dass ich mich nicht verabschiede, ...dass ich mich nicht verabschiede. Das ist nicht möglich. Wenn ich mich mit dem Augenhöfe und Was passiert jetzt? Oh, die Zunge da raus. 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 Jetzt kann er reden. Man versteht ihn. Oh, die Zunge da raus. Oh, die Zunge da raus. Oh, die Zunge da raus. Auch in seiner Welt ist das Erdbeben vorhanden. Oh, die Zunge da raus. Oh, die Zunge da raus. Oh, die Zunge da raus. Zwei Stunden. Ich werde jetzt nach Naomi zurückgekommen. Ich bin mit... K-Kimi! Warte! Wie hier alles in Ordnung ist. Wuh-wuh-wuh. Was? Die Kugel ist abgerissen, aber... ... ich fühle mich so aus, dass jemand sich nicht öffnet, wie es nicht öffnet wird. Naomi! Hast du es? Lass mich hier! Es gibt keine Antwort. Okay, langsam wird das doch gruselig, Science Lab, something is blocking it from the other side. Wieso würde ich jetzt eigentlich hier lang gehen? Ich weiß es nicht, wieso gehe ich hier lang? Ich habe keine Ahnung, wieso ich hier lang gehe, ehrlich, keine blasse Ahnung, hallo, was war das gerade für ein Klackern? Ich gehe nicht in das Mädchen-Klo rein, ich versuche mal den Mädchen dazu folgen in den roten Klamotten. Wow, gerade fühlt sich mein Scheil wieder so an, als ob er unter Strom stehen würde. Es war richtig unter Strom. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, aber das ist gerade sehr eklig. Tut auch ein bisschen am Kopf weh. So, in dieser Welt kann ich da nicht lang. Ich will erst gucken, ob das das Erdbeben war, was gemeint war. von wegen End of the Hallway, von wegen Eaton, by the Angry Ghost. Eeyoh, someone's cell phone is lying on the ground, pick it up. Nehmen wir mal mit. Acquired Seiko's Cell Phone. Seiko seemed to have been in the middle of texting someone when she dropped her phone. The text entry window is still open. While confirming the phone's owner, Satoshi rolled up her inadvertently reading the whole thing. What the hell is she doing? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. I read it correctly. This is... ...I mean, Naomi's name is not to show Naomi's name. What the hell is that? What the hell is that? Who is locked? Err... Okay. Err... Err... Ja, du hast die gelische Wester... ...dass passt. Okay... ...eee... Hey, hier brauch ich ja zwei Leute. Stimmt... Ja. Ach... vielleicht... ...sollte ich doch noch mal jetzt zu Dingens, zu Naomi hochgehen. Könnte ich ja deinen Text schon lesen, da ist ja... ...ne? Schicken wir so fluttering and content of the memorandum to guess that this rider was on the verge of that world before playing any words so badly... Achso, ja, hab ich schon gelesen, okay. Hab ich schon gelesen? Hab ich schon gelesen? Hab ich schon... Ähm, bin ich hier reingegangen? Ne, hier konnte ich nicht reingehen. Wette ich, dass ich jetzt zu Naomi hochgehen muss. Wir laufen diesen Weg entlang... Versuchen wir es doch einfach mal... Ach, wo ist das Mädchen hingegangen, in Rot? Das ist die Frage. Hm... Und ist die Infamory jetzt offen? Anscheinend. Achso... ... 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 Ich weiß nicht, was jetzt fragwürdiger ist. Den Wunsch erfüllen oder dass die Textbar da rumspackt und mich mein Nachbar erschreckt hat, weil er so unendlich laut niesen musste. Damn. Erfüllen wir ihr mal den Wunsch. Das hat sie bekommen. Das Kissen von Naomi. Eing-puh- Eing-puh- Das Wunschte, wenn du sie nackere ist. Dich-puh- Dich-puh- elo sded h h h h h h a a a a a h h h Oh man. Also, sie hat sehr schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit damit gemacht. Ich will ja wissen... Und ich habe mich zu sehen... Ich habe mich zu sehen... Ich habe mich bei mir nicht zu sehen... Ich kann mich nicht zu sehen... Ich kann mich nicht darauf achten... Du hast, wie du vorhanden... Du hast... Du hast, warum... Du hast, hier... Du hast... Ein paar Krone... Das Klone... Ich habe mich wieder襲われた, um zu schreien. Ich habe mich nicht mehr verletzt. Ich habe mich wirklich verletzt. Das ist wirklich... Ich habe mich nicht mehr verletzt. Aber hier ist etwas, also ich habe mich nicht mehr verletzt. Ich habe mich nicht mehr verletzt. Ich habe mich nicht mehr verletzt. Naami, du bist okay? Was ist denn, du? Ich hab' meinen夢en von Seiko gesehen. Na... so... Seiko... Ich hab' mich verletzt... Ich hab' mich... Ich hab' mich verletzt... Naomi... Ich hab' mich verletzt... Ich hab' mich verletzt... Let's play... Korpsparty... Bis zum nächsten Mal... Ciao...